In diesem Video spreche ich über die Grundlagen von JavaScript-Objekten. Ein Objekt ist ein möglicher Wert in JavaScript und wie ein Array ist auch ein Objekt eine Sammlung von Werten. Du kannst also mehrere Werte zusammenfassen zu einem einzigen Wert. Im Unterschied zu einem Array haben die Werte, die in einem Objekt zusammengefasst werden, nicht einen Index wie in einem Array, sondern sie haben Namen. Man sagt auch Eigenschaften. Um so ein Objekt herzustellen, initialisiere ich eine Variable und nenne sie myObject und weise ihr als Wert geschweifte Klammern zu. Die schreibst du mit alt 8. Wie ein Array könnte ich auch ein Objekt leer initialisieren, aber ich schreibe hier jetzt gleich ein paar solcher Eigenschaften hinein. Eine nenne ich x und mit dem Doppelpunkt weise ich dem x einen Wert zu, zum Beispiel 100, und dann schreibe ich ein Komma, damit ich noch einen weiteren Wert, eine weitere Eigenschaft ins Objekt schreiben kann, y, Doppelpunkt 200. Solche Eigenschaften und Werte, solche Paare werden Eigenschaft-Wert-Paar genannt, auf Englisch auch Key-Value, also Schlüssel und Wert, oder Property-Value genannt. Also die Property, das ist der Name der Eigenschaft, und eben auf Englisch wird auch von Key gesprochen, weil du kannst den Namen als Schlüssel zum entsprechenden Wert verstehen. Und wichtig ist, dass du hier Doppelpunkte schreibst und nicht Gleichzeichen, aber du kannst diese Eigenschaften, die hier x und y heissen, durchaus als eine Art interne Variable eines Objekts verstehen. Und jetzt kann ich auf diese einzelnen Werte 100 und 200 zugreifen mit ihren Namen. Ich kann schreiben console.log myObject und dann mit einem Punkt, und darum heisst es Punkt-Schreibweise oder dot notation auf Englisch, kann ich auf so einen einzelnen Wert zugreifen, also myObject.x, das gibt mir 100, oder myObject.y, das gibt mir 200. Ich bin 100 gemessen. Vielen Dank.